Wer hält dich zurück, ne? Du gehst jetzt dem Kleinen einen Kuss. Du sagst ihm jetzt, dass du die Unverhältnismäßigkeit deiner Worte bedauerst. Willst du Fingersanon? Das ist ein hysterisches. Willst du eine Schallreuschen? Papa, komm mit den Fingers. Es reicht doch. Du sagst, es reicht. Wir sind jetzt noch hier die Fingersanon. Henri ist Forschungsbeauftragter am IAP. Ich bin Labordirektor in Mördau. Was hab ich mit seiner Promotion zu tun? Sie gehören zu einem Nationalen Ausschuss. Sie können die Beförderung von Leuten entscheiden. Sie müssen zu Ihrem Labor beziehen. Ich weiß nicht, was in Sie gefahren ist. Das ist mir alles ganz peinlich. Es tut mir sehr leid. Also mein Mann hat in Nature veröffentlicht. Ich wüsste nicht, inwiefern seine Macht erbärmig ist. Sines, bitte. Ich brauche dich nicht. Wer ist einer der größten Kosmologien in der Welt? Es gibt nicht einen einzigen Artikel über den kosmologischen Kugelhaufen, der ihn nicht zitiert. Arnor kann sich nicht alleine etwas zu trinken holen. Ja, selbstverständlich kann er das. In sechs Jahren kann man sich alleine etwas zu trinken holen. Nicht um das so. Arnor kann sich alleine etwas zu trinken holen. Jetzt hör doch auf zum Jagen. Ich glaube, er kann es. Aber er lässt sich lieber bedienen. Genau so ist es. Er ist nämlich ein kleiner Pascha. Wie er nicht schreit. Ich krieche nicht. Überall ich krieche. Das ist ja furchtbar. Überall ich so nicht gehen. Krieche ich überall. Du kriechst. Wir sind alle beschwitzt. Versuchen Sie nicht zu schlichten. Mein Mann kriecht vor Ihnen. Und Sie fällen ein teuflisches Vergnügen dabei. Was ich verstehe. Aber wie kennen Sie Ihren Mann auf diese Art und Weise nur so dämend? Ines mischt dich nicht an. Ich wünsche mich allen im Dach nicht mehr, verdammt du Scheiße!